das macht mich froh haben wir hier noch irgendwelche aufträge nehmen so schließen sie die expedition auf den spuren ihrer majestät ab damit warten wir noch ich wollte ja noch schweinchen haben wir schon in produktion wie sieht denn generell mal die ganze geschichte aus alkohol ist klar wir haben zu wenig brot alles andere ist im plus da brauchen wir nichts nachsteuern aber brot müssen wir mehr produzieren wie viel getreide haben wir plus zwei das heißt wir brauchen nur die brotproduktion ein bisschen pushen das machen wir mal hier oben wo ich schon getreide haben kann man hier die straße ein bisschen hochziehen das heißt wir brauchen eine mühle und zwei bäckereien so dieses lager bauen wir mal aus so wie schaut es hier nochmal aus genau brot ist zu wenig senkt die bilanz alles andere sieht gut aus damit sind wir dann versorgt so wie sieht es denn mit unseren ressourcen aus wir haben stahlträger steine holzfenster gut das wird alles aufgebraucht wir haben glasscheiben wir haben schon fünf tonnen ok wir haben ordentlich erz für die konserven dann wir haben auch kohle so schweinchen ist noch ordentlich dann könnten wir jetzt anfangen wo machen wir es am besten da müssen da wo auch die großküchen haben jetzt haben wir langsam auch so ein bisschen personal schwierigkeiten das heißt wir müssen weiter pushen ok wir müssen für bauern sorgen wir brauchen mehr bauern posted oder g also so würde ich jetzt perfekt schön dass da rein passt dann sind wir auch was diese insel angeht was menschen angeht und so ein bisschen am limit sondern mal schauen ob wir dann anfangen beim nächsten mal also heute nicht mehr gleich dann richtung sonntag dann mal die ganze produktion die hier ja bauplatz wegnehmen für die hauptstadt dass die dann mal langsam auf eine andere insel umzieht so wir können noch mehr unsere einnahmen bussen sehr gut wir sind jetzt schon richtung 3000 brot ist immer noch zu wenig schauen wir mal das wird auch langsam wenig fisch ist an der grenze brot sich jetzt eigentlich gut aus es müsste jetzt hochgehen wir haben die bilanz jetzt auch über 3000 gepusht gut rum ist uns ausgegangen pinkie und ghost stehen auch schon wieder bereit so pinkie und ghost und müssen mal schauen hier oben das ist zu weit weg vom marktplatz dann bekommen die da ein marktplatz wirtshaus für die paris darf auch nicht fehlen feuerwehr haben wir da oben so steine haben wir noch dann können wir hier mal noch ein bisschen die steinstraße so falls es nämlich brennt polizei haben wir auch polizei würde ich da oben auch noch eine hin bauen einfach dass wir auf der sicheren seite sind dass alle zufrieden sind das haben wir auch ordentlich bauen können wir nämlich die die schon die ganze zeit auf den aufstieg warten mal nach oben holen weil bringt wieder mehr kohle so mehr würde ich wieder nicht machen um zu schauen wie sich das auswirkt auf unsere produktionen dass wir dann wieder zu wenig haben und allem so schauen wir mal nach so party stimmung ist vorbei es wird wieder geackert wir haben ordentlich bauern die wir mal ein bisschen pushen können denn das bringt bekanntlich wieder mehr geld in die tisch so ein paar handwerker können wir noch hoch holen also arbeiter zu handwerkern schon bei 5000 spielern sehr schön so können wir das nächste linien schiff bauen da fehlt uns holz bietet ihn eine geleitschutz aufgabe dann schenken wir doch pinky usern der auftrag wo habe ich das jetzt abgelehnt ist weil sie gerade gar nicht wurde zwar da habe ich nicht aufgepasst gut wie sieht es aus mit unserem holz muss muss erst mal sich wieder auffüllen nach der ganzen baurei vielleicht in andere regionen hallo blue hawk wenn das du da bist ach so meinst du meinst du das wird auch schnell hinkommen ich habe da pläne für neue expedition die bleiben immer noch ist die wuli unterwegs ja ich gerade die schnellste gut dann kommen wir ja so lange wie die darunter fährt gut gerade sagen also von der musik klang das gerade so als wenn da schon wieder was schlimmes in anmarsch ist aber hält sich in grenzen so hat denn jetzt unsere konservenfabrik angefangen zu produzieren ja wir sind jetzt auch schon bei 6000 bilanz schauen wir mal ob wir das geschafft haben hier wohl so die uni da fehlt uns stahl die ms jasmin ist auch endlich probleme mit der aufnahme ständig bricht meine aufnahme ab muss man hier meinen mein tablet mit den roten buttons die hier so vor mir sind das im auge mal behalten warum passiert das etwa immer wenn ich die f1 taste drücken wird man shortcut hinterlegt ok so dann löscht mal weil die hannah wartet auf uns so seid ihr auch schon unterwegs gut warten wir mal hier bis bis das gelöschte soll man schauen was dann kommt also wenn wenn das hier schon so so ist gehe ich mal davon aus das hat was mit dem prüforium zu tun weil die sind ja die lieben ja das feuer da kommt jungs kriegt auch eine schöne neue mütze zu weihnachten eine neue feuerwehr mütze sie kämpfen wo er tanzt hier erstmal mit dem schlauch macht das mal party so sind die bilanz hier oben alles im auge behalten jetzt noch schon über 200.000 bauen sie ein polizeirevier ok können wir noch nicht ok die masken die mit dem teufel wandeln ok das hängt also zusammen kommen wir denn mit denen hier ans ziel george smith und karl sind im rage modus sehr gut so was haben wir denn hier 30 30 ok dann könnten wir mal mehr mehr genug leute versuche ich mich mal dran so wo sind die alpakas sogar mit badewanne so dann denke ich mal wenn wir jetzt groß kriegen wir die dahin na passt jetzt nicht hier hin na gut ja ff macht das schon ff hatte so fast im griff so reicht es schon das reicht dann auch aus wir können die polizei bauen wir haben es geschafft polizei polizei weil das ist eine feine sache warum höre ich denn schon wieder die brandmusik bauaufgabe was willst du dann haben ach so finde ja lass mich jetzt mal erst mal die piforia erwischen wir müssten ja dann hier rumlaufen wir suchen der läuft hier mit der fackel durch was ist mit ihm los ok haben wir da war noch einer wo ist der dritte fackelmann da ist der dritte fackelmann du könntest beim widerstand anheuern also nicht ob ihr es auch gehört habt aber es hier auf den kopfhörern klingt es so als wenn du zündschnur brannte eine gruppe von pristo ok prosperity flüchtlinge da würde ich sagen schicken wir mal beide fregatten rüber die summer und die wo die ich sehe hier glaube ich piraten das war uns verteidigen können dann haben wir das glaube ich im von wo uns auf alle fälle wehren was im griff haben wird sich zeigen weil was haben die hier ist auch eine fregatte also zwei fregatten gegen eine wir könnten mal schauen weil wir haben jetzt fast 250.000 ob wir mit den piraten mal langsam in den waffenstillstand gehen so das war wenn uns dann irgendeiner hier der meinten den krieg erklärt bei bente glaube ich die ist nicht so angreifslustig bei dem george smith weiß ich das nicht mit dem habe ich noch nie gespielt aber der ist immer so auf zack und auch unfreundlich muss man ja mal sagen da sollte man dann schon vorbereitet sein apropos vorbereitet sein nein wieder rüber so dann könnten die beide eigentlich auch mal wieder ein paar aufträge machen dass wir wieder ein bisschen geld reinholen so was will der malching von uns eine lieferaufgabe 24 ton bretter und neun stahl und könnten wir doch machen wo soll das dann hin auf seine hauptinsel aber da bestimmt wieder zu uns sagen schön übers stöckchen gesprungen und so wir brauchen grusel und wir genug ressourcen nein ok 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 ok